So, wollen wir mal heute jetzt zeigen was wir können, oder? Hallo Leute, wie geht's euch? Ich hab heute den Tag. Hä? Servus. Klärchen? Erstmal nur die Erdbeeren, ne? Wir sollen uns ja gesund ernähren, sagt uns das schöne Gesundheitsamt und jeder Doktor. Also wir können jetzt erstmal eine Haribo Erdbeer. Lass mal heute alles, was wir eigentlich richtig bekloppt finden würden, als richtig gut kommentieren, ok? Sprich, wenn einer auf mich schießt, dann so, oh yeah, cool, ich werd' beschossen, wuhu, ich freu mich. Und das ist bullshit. Das ist, das Triggern hoch 10, Alter. Muss man nicht nur noch irgendwie sorgen haben, dass man nicht einweisen muss? Ich hab' sie mal drüber zu kriegen. Oh, ich springe dir hinterher. Äh, schnakewärts springe dir hinterher. Ja, du mein'n Bioschen raus, ich springe dir hinterher, ja. Das macht so keinen Sinn was, Jakob, ne? Du hast schon ne'n Nachteilsfluglinie, wenn du mit der springst und der hat dann noch größerer. Das macht so keinen Sinn. Da ist rum! Da ist rum! Ja, ist egal. Akkuschrauber! Ach. Du riechst denn hin dir? Ja, ja, ja. Du hast den Akkuschrauber gesehen, Junge? Ein Squad. Ein Squad. Ein Squad. Ja, oben links. Da will ich versuchen, möglichst nah bei dir zu landen. Hinter uns. Du wirst Klaus bleiben, wenn's gar nicht. Ja. Also Klaus, er geht nicht, David. Waffen und gucken, dass wir uns nicht holen lassen. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn schon weit weg? Äh, es geht. Ich komm jetzt hier. Oder soll ich auf den Berg gehen? Ich hab den Slipper gefunden. Ja, das wollte ich beim nächsten Mal auch machen. Und dann hab ich... Ja, aber... Habe ich hart in den Schnauze bekommen. Ich röchte noch n... 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 n Sack Ruck. Ich geh noch hin. Ich wissen, wie es geht da. Den nehmen wir. So, ich geh mal auf den Berg. Mal gucken, ob ich snippern kann. Kann mit snippern, wenn du möchtest. Hey, Wett, wie seht's bei dir aus? Willst du auch snippern? Nee. Da wär aber unklug, einer alleine unten zu lassen. Nee, nee, mach den mal. Mach den mal. Mach den mal. Wiss nicht schon, wenn's... Ich mach das schon. Ich mache das schon. Ja, aber dann, du, zu suchen, so ein bisschen... Warum auf dem Gebäude, Jakob? Welchen Gebäude? Läuft jetzt runter über Marker? Boah, wir wissen, wir gehen nicht mehr raus. Ist jetzt in den Container... Ist jetzt in den Container Graveyard? Ja. Hits? Ja. Hits? Ja, ich seh'n. Ja, ich seh'n. Den auch. Das ist bei mir hier. Hits? Ja, auf dich schieß'n Zaun. Ja, danke. Nice. David, da pusht noch einer. Ruhe. Hat schon einen Hit. Ist jetzt im Zelt. Ja, ich bin drin. Genockt, im Zelt. Nice. David, hinter dem Zelt ist noch einer. Hinten bei den Wassertornen. 50 Liter. Äh, 500 Liter Fässern. Copy. Okay. Überlaufen nach links. Hier vor mir ist auch noch einer. Hier irgendwo direkt vor mir. Der ist noch genockt, Jakob. Was? Der ist noch genockt. Toll, Alter. Der ist noch genockt. Hab ihn gelockt. Hab ihn gelockt. Der eine ist weiter hinten links. Jakob kommt für mich. Jakob kommt für mich. Der eine ist weiter hinten links. Ja, der ist hier vorne. Komm mal. Der wird direkt vor dir an den Kontrollen. Ganz stark. 15 Kills. Nice. 2 Kills. 1 Assists. Ich dachte, David hätte den genockt hier unten. Ja, das waren aber 2. Ja. Schon mehr Leute. Ja, das waren jetzt... Also ich hab jetzt 2 Kills und 1 Assists. Nice. 2 Kills. 2 Kills. Aufgeräumt. Ja, schön. Ich hab 3 Assists. Bist du's. Ja, wenigstens etwas. Ja. Und den einen hätte ich da hinten schön mit dem Sniper schon holen müssen eigentlich. War schön daneben geschossen. Er hat sich dann genau im letzten Moment noch bewegt. Der Hund. Ich weiß nicht. Der hat einen Headshot von mir kassiert, Alter. Mit der SNR. Aber trotzdem einfach weiter gemacht. Ich hab jetzt mal schön die 3 Assists komplett weggeschossen. zu sein. Ich hab jetzt mal zu sein. Ja, das ist ein Müll. Ja, stimmt. Komm her, komm her, wir tauschen. Komm her, komm rein. Komm her, komm rein. Komm her mit dem Riffle. Oh no. Das war falsch, David. Ich hab die Waffel gedroppt. Besser, Mann. Vielen Dank. Und den langen Schwatten, den brauche ich auch noch. Bleib ein Schwatter hier bei mir. Wenn du Daumengriff findest, können wir tauschen. Barrel. Ist das noch ein Stufe 2-Helm? Ja, brauche ich. Meiner ist Ribreno. KL hier. Erweitert Mac. Schnell wechseln. Ich habe alles. Ich bin voll geübt. Panzer Faust. Ja, hier ist auch eine. Brauche zweier Helm, 99. Oder noch Schalldämpfer. Den habe ich schon. Schalldämpfer OMB. Ich brauche eine andere Schnipper. Mit der Mini komme ich nicht so gut zurecht. Willst du eine SLR haben, dann tauschen wir. Ich will alles gut spielen. Bitte? Nee. Ich bin auch so eine Hyperautomatik. Zweier Helm noch. Eine Adi-Spritze. Nice. Was dropp ich denn mal? Verbände. Reicht noch nicht. Moon. Game Moon, Alter. Ah, zweier Helm, naja. Nice. Game One. Okay, das ist sehr gut, sehr gut gerade. Ja. Ich führe jetzt schon mal ganz gut. Ja, das war ganz gut. War okay. War okay, würde ich sagen. Na ja, das ist okay. Und... Oh, ich habe einen Schlüssel gerade gedacht. Da, da ist ein Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel, Geheimrufschlüssel. Nice. Alles gut. Wo sind die nächste? Wo sind die nächste? Wo sind die nächste? Wo sind die nächste? Gucken. Ich brauche noch, er weitet ihr gemerkt, SMG. Ich bin noch ein dicker Schwarzer. Ja, so ein langer Schwarzer heißt schon was Gutes, ey. Hast du einen, David, oder brauchst du einen? Ich habe einen. Oh, okay. Ich habe gekriegt. Also, wenn wir gucken, ob links von uns oberhalb was noch was ist? Auf jeden Fall die ganze Zeit Schüsse noch. Aber die Zone... Nee, lass mal hierfür gehen und einfach auf die warten. Weil die kommen eh. Ausgesetzt, da kommen noch welche. Ja, ja, wenn hier oben links noch Schüsse waren, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie weit die weg waren. Das kann ich umfangen. Lass mal jetzt 100% aufdrehen hier. Sound. Sound enjoy! Wenn ich sofort los, guckt erstmal rein an die Gegner. Ja, ja. Ah, das ist vor uns irgendwo. Ich glaube, das ist der Compound, den ich markiert habe. Wenn nicht sogar ein Compound weiter noch. Nee, hört sich an wie eins noch weiter. Ja, komm, du läufst offen für die Leute, die von links kommen. Ja, das ist richtig. Ich meine ja nur. Ja, hier. Ein Compound weiter ist das. Der Compound hier unten ist doch irgendwie alles geschlossen, ne? Ja, da wollte ich ja eigentlich hin, aber dann bist du tief im Berg drin, will ich nicht. Gehe hier oben hin. Der ist offen, der ist gelootet. Lass für die Schüsse gehen, wir brauchen nicht mehr looten, oder? Nein, wir brauchen gar nicht mehr looten. Das geht einfach noch. Diese ganze gelooterei da, das ist schön am Anfang. Kann man das sicherlich mal machen. Wir holen das Zeug sowieso für den Leuten. Kontakt, ich sehe einen. Info. Cool, Sache. Ich hab' da geschossen, hundertfünf. Stammstein, der läuft da jetzt. Der komplett in schwarz, oder was? Nee, ey. Nackt. Ander nach links gucken, bitte. Oh, wow. Äh, auf E, Osten, genau. Au, ich werd' beschossen. Das versteht auch so, dass du beschossen werden kannst. Boah, ich hab' geblieben, ich hab' gar nicht zu viel hilft, ey. Er hat zwei Hits bekommen mit der Essel, ja? Hinterm Stein, der. Läuft jetzt nach rechts. Bisschen runter, rechts raus. Rechts raus, come on. Durch den Stein. Der hat einen Headshot gekriegt, der Dude. Irgendwas ist hier close noch mit Suppressor. Ja, unter uns im Volldruck. Guck mal, ich hab' einen Dicken-Hit-Passiv. Nur bei, ist er am Ende. Äh, ganz hinten auf, äh, 70 da oben. Sie ist auch noch einer, ne? Ja, ja. Der am Stein hat wieder Hits passiert. Hits hat halt keine, bald keine Reste mehr an. Hat'n Hit von mir kassiert? Wo liegt einer, Jakob? Auf 70, oben hinterm Hügel. Leider war er nicht von... Ja, ja, ja. Ich hab' noch echt geschossen. Ja, wir müssen hier weg, Guys. Wir müssen hier weg, wir sind auf dem Präzientelteller. Lass jetzt hinten in den Kompat reinkommen. Ja, ich hab' auch nix wirklich mit zum Heal'n. Wir müssen hier nicht mit den Portagen. So, er ist mal weg. So, hier liegt der Koffer. Schön. Weg an die Smogs, mein Freund. Hier ist nur ein zweier Helm. Hier ist leer gesaugt, die Stadt, alter. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Das Game lag, die Sau, alter. Mit meinem Maus-Movement irgendwie. Bei mir gar nicht. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Siehst du im Stream, siehst du das richtig? Mit meinem Maus-Movement einfach bis am Lecken. Ja, lass mal noch einen Hügel vorgehen, oder? Wer schießt denn da? Dave, hast du geschossen wieder? Ja. Ah, wir gehen raus aus der Zone. Wir gehen raus aus der Zone. Lass doch hierbleiben, David. Wir sind hinter dir, ja, gesagt. Warum auch immer. Ja, just saying. Raus aus der Zone. Ich hab' den getötet. Ich hab' Lebra-TV gelesen, alter. Ich hab' den getötet, glaube ich, 75. Ja, der Kopter kommt von hinten rein. Wollen wir dir, ah, ne, der liegt nach links. Die sind alle außerhalb der Zone, die können wir so weggefischen gleich, ne? Ja. 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 Ja, hier vorne. Immer einer mit dem roten Oberteil drin. Ach, da hinten? Hm. Ja. 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 Der fünfzig kann ich nur? Ja. Ich checke nochmal rechts von euch. Du machst' an die Artillerie oder was? Ja. Ah, ja. Ja, ist alles correct. man ist left vorm, ja! Ja, warum bist du denn so weit hinten, Kea? Ich hab's doch gesagt, ich checke nochmal hinter euch. Ach, Jungs. Warum sind wir so weit da hinten? Junge, 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 ey. Einfach darfst bleiben, hier sind wir doch geschützt, ey. Vor allem sagt der Leute, können wir die alle wegsnecken, weißt du? Ja, aber ich hab gesagt, ich check mal hinter uns nicht, dass wir gepusht werden. Hab ich auch gemacht. Und dann ist er grad hier den Berg runtergerannt, was soll ich dann? Ja, ist okay so jetzt. Ist er denn jetzt tot oder nicht? Nein, das wird abgehauen. Irgendwohin? Nach hinten wieder. Genau in die Richtung, wo wir auch müssen. Der kam hier runtergerannt, dann ist er wieder über die Spitze nach hinten weggelaufen. Da, wo ihr seid. Na ja, unten im Kampfer und so. Das kann gut sein, ja. Der irgendwo hockt. Was ist das? Ich hab' den ausgenockt. War das? Die Jungs, die sind da hinten auf... Ja, das war eine M249, einfach aufgebockt. Ich hab' den ausgenockt. Ja, genau. Ich komm' jetzt in die Smokes. Aber die sind weg von da oben. Ja, die pushen uns grad hart. Die pushen grad richtig hart. Die pushen grad richtig hart. Die sind schon links, da ist grad hochgesprungen. Jawoll. Ich bin knocked. Kann ich nicht sagen von wo. Jakob, hast du nur Smoke eingepackt? Ja, hab ich. Gut, dann smoke mich. Der läuft über links, Jakob. Über rechts. Läuft rechts. Ja, hab ich schon gesehen. Fliegt. Jetzt kannst du laufen. Jetzt seh' ich nicht. Kann gar nicht laufen, das sind zwei. Ja, dann bin ich jetzt vielleicht tot. Ja, was soll ich machen? Laufen! Junge, Mann, ey, du hast den Smoke geworfen. Hier ist alles offen. Ich hab nix, wo ich Deckung habe. Komm, Jakob, mach, mach, spiel dein Hässenspiel. Ja, du willst auch so ein Hässenspiel. Einer hat drei Hits kassiert. Alter, wie kam die Nation zu mir. Ach, Junge. Sind auf mich beide fokussiert jetzt? Ich weiß, dass ich noch hier bin. Hör einfach, Diff. Jaaaa! Ich würde mich ehrlich machen. Deshalb. Ja, thank you. Nice. Untertitelung des ZDF, 2020 ja muss aber auch warum damit zu schießen noch drei die branchenwursten von rechts die joshimi getötet haben sie tot da sind aber immer noch welche wenn die wunten hinten anscheinend gewünscht das ja das ist so klein klar die zone kommt die sitzen da immer noch ja die wunten in der zone und wunten mit der zone ne meistens das ist auch dumm von mir und mich da einfach auch von ihnen zu selten aber war gut ich meine ich glaube ich krieg dir erschrocken dass er auch immer gelegen hat Ich stelle das mit der Maus, ey. Schon richtig? Schon mal der Bestkalender gesehen hier? Schön, oder? Wunderschön. Zwei, lecker. Lecker, schmachtig. Lecker, schmachtig. Ja, ja, es ist so warm. Ähm, wenn die laufen. Wie geht der denn? Da ist sie. Ich habe ein Update gemacht, weil das ist richtig heftig mittlerweile. Er hat letztes Mal wieder PUBG gespielt, Alter. Der hat nichts mehr getötet. Gar nichts mehr. Der sagt, das ist so krass hier. Entweder bleibst du bei dem Spiel dabei, oder du hast keinen Aim mehr. Ich bin ein Lutscher. Aber er hätte sich ja getötetet, ne? Nicht mich. Aber ja, mich hat doch der Disrespekt getötetet. Ja, denn ich bin erstmal eine Müsse. Danke gut. Ja, dann go! wo ist die hinterher erstmal eine müßliche Fresse wo willst du hin, Joshi? hier direkt vor uns sind kaputt dann können wir auf die da unten runter aimen sind auch alleine einer für die beiden hier unten und der andere für Halle und der andere fürs Haus und der andere für die beiden unten die Luft für die Halle, David dem Thema Feuer West hier noch im Haus, David das ist unglaublich, das ist unglaublich ne? so, ich habe hier unten jetzt alles gefunden eine komplette M4 eine komplette Attachment für jeden Scheiß aber nur eine Scheiß Shotgun hier hallo hey ok jetzt brauche ich so viel 5,5,6er Wiesner geht ich habe hier eine AKM mit 107er getroppt wo? wo? eine AKM mit 107er andere Wohnung oben leise ne? ja ok ich dachte du wolltest jetzt das Ding spiel unbedingt aber gehen wir in lab oder was? Du kannst auch noch Mut haben vor mir, David, wenn du möchtest. Jakob 2, du wettest hier noch drin. Wenn du genug hast. Ich habe keine Waffe dafür, ich habe nur für eine Snipper schon mal aufgehoben gehabt. Also gehen wir hinten nach. Ja. Alright, let's do this, guys. Let's do this. Schon wieder los, ey. Was? Lecken, oder was? Schüsse. Schüsse, Schüße, Schüsse, 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 Schüsse. Lutschen du eigentlich jetzt, hier macht. Ich nehme zwei Lutscher, der bei mir im dritten Advent drin war. Hey, du hast auch den dritten Advent kalender, du Schwein. Ja. Du Schwein. Hast du auch einen Lutscher drin gehabt heute? Ja. Krieg eine K98. Hm. wir liegen mumpeln er wird für dich musik okay ich komme rüber für diese haben die licht noch nicht noch in dem die k98 auch kein ding frage was ich weg tun hier ist noch ein vierfach was war es am umbrennen oder was hier der wird hier 556er und du brauchst was ist 556er oder 762 56er so viel es geht da habe ich hier hinten hingelegt oder wenn ich hier muss ja 98 1 und wenn ich auch was dazu der wird jetzt habe ich genug jetzt habe ich nichts anderes außer nur munition und fünferbände okay dann spiel ich kann es kam er sich gar gespielt anstatt ump kannst du hast ja noch hier liegen 90 schuss also noch welche haben ich glaube saugt erstmal ein bisschen noch trocken das falls ich falle dann brauche ich nur von euch zu euch damit ich auch wieder hochholen kann ich versuche schon hier zu finden oder irgendwo ein holo oder so ich stehe überall rum hier ich bin vorweigelaufen direkt bei dem umpeln levin ich bringe mich hier draußen liegt auch noch ein erweitertes rr-magazin hier draußen liegen zwei ein holo und dann ein erweitertes dmr-sr-magazin aber das nehme ich nicht als dmr soo erstmal ein erweitertes magazin rein hier vierfach jacob draußen vierfach habe ich die ganze munition genommen von 56 ja oder ich habe nämlich 150 schuss und meine kanone geladen wo du bist ja kommt der vierkommel wir haben zwei abend ja zwei das ich habe jetzt eine und eine handrader eingepackt du musst auch laufen wenn du smauchst nur smauch und denken die resten bringt nichts warte ist ja ja meg das problem ist wenn ich zu dir wenn ich dich einsmauke und der weg zu dir immer noch offen ist dann bringt mir den smauch auch nicht ja dann hast du dir smauch ein bisschen falsch geworfen ja klar ich smauch du sagst smauch dich ein smauch dich ein und dann ich war doch safe hinter den steinen ja komm dann kannst du auch den weg zu mir smauch dann will ich dann dich smauch dann man sagt man und man weil das hat auch mean das ist aus wir brauch in einer ihr mit lang We Beides Au! Da hat er da geschossen! Der ist Klaus, der ist unten im Kumpfraun so wahrscheinlich Wollen wir mal hin? Ah! Der hat wieder geschossen! Der hat einen ausgenockt, oder getötet sogar Oh, MT20, let's go! Da war ich noch nicht klar, aber... Der wird nicht durch die Lava! Nicht durch die Lava! Ich weiß, tut ein bisschen auch Warum hab ich denn noch 300 OMP Schuss, Alter? Kein Wunder ich nix nehmen kann Mhm Ja, Yoshi, du hast ja Schmerzmittel und alles, ne? Äh, eins, ja Ok, ich hab keins Noch nicht Aua, Aua, Aua Ich zieh das mal, du Ruhm am Dach Nee, hinten Hat nen Hit? Ausgenockt einer? Gut, der andere ist hinten rum Einer noch aufm Dach Marken, bitte Hinten rutschen, wenn nix Aua! Ah, ich bin... Geht ja... Ich hole Jakob, ich hole Jakob Ich hab mich nicht gelegt Ich bin safe, wenn du an meinen Arsch gehst Eigentlich müsste ich jetzt morgen, weil Kojo offen wird stehen Der hat mir voll in die Wien geschossen Der hat mir voll in die Wien geschossen Der hat mir voll in die Wien geschossen Ich hab mich jetzt hier in den Stellen gestellt Der hat mich jetzt hier in den Stellen gestellt Der hat einen Hintkitz jetzt hier hinten am Baum Einer kann gleich von links kommen Joshi aufpassen Ja, der ist auch nach hinten weggemoved Und hat sich von meiner Sicht Richtung rechts, also Richtung Joshi bewegt Joshi, vor dir jetzt zwölf Uhr wahrscheinlich irgendwo Ja, ich schlau mal durch den Compound hier und David, ich lau auch ein bisschen weiter runter Ich will an die Häuserwand Und noch ein Lockvogel Ich seh den Boah, der ist hinter mir Au, au, au Hinter mir Der hat vom Werk oben aus geschossen Au, 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 au Hier vorne mit dem Gras, David Hinter mir auch einer Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, David Hab ihn Ich hab Ich seh den Hinter mir, hinter mir, Jakob Jetzt an der Halle gleich Ja, hab ich gehört Der muss irgendwo hier bei mir an der Halle sein Ja, ist in meiner Halle drin? Okay Der muss hier irgendwo sein In der Halle nicht In meiner Halle hier Ja, ich guck da nach Ja, hinter der blauen Tür, David Hinten? Hinten? Warte mal David, wenn du reinkommst, hinter der rechten Tür Guck mal hin Oh, scheiß, ich hab den Schmaug geschossen Ah! Noch einer, noch einer, komm Noch einer, komm David, der ist hier David 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 David, er liegt nach Er ist zu doof Wo ist er denn? Hier vor mir, hinterm Baum Du biegst, Alter Ja, warte Willst du dich smaken, Alter? Ich weiß nicht, wo sein Teammate ist Wo einfach Wo einfach Heil dich Geh hoch, geh hoch Hinten? 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 Der hat noch eine AKM dabei, voll unnötig eigentlich Ja Deswegen tauscht hier jetzt noch Knarre Wir brauchen unsere zweite M249 mit Das ist ja lustig Ist hier eine leere geschossen, du wechselst sie einfach auf die andere Was ist ein Terminator? Ah! Nein, ich wollte gerade eine Granate schmeißen Hab die Smog in der Hand, schmeißt die Smog in dem moment kommt er mich bewusst weil er sagt dass er eine granate und meine hat sich keine meine hat einfach die nächste man hat genommen was war ein paar mumpeln wird der mit einer 200er ich habe auch noch 5 und 6 so im 249 ist mein ding ist das so ja weil es ihnen gegen total stresst ja dass man keine presser drauf packen kann ich habe einen rucksack auf jeden fall drei jahre schnobuliert der starb saugt wirst du die musst du weiter links gucken da läuft einer links links oben links oben wo zieht mich ja einer aber ich sehe die nicht das ist schon richtig du guckst schon richtig genau von vorne da der ist dazwischen diesen bergketten hinter dem baum da oh hier ist geil weiter voll der stirbt jetzt weil an dem stein da weiter rechts sind welche viel mitnehmen die sind runter gerannt links ist da ja nix wenn es rechts ist oder brauchst du mir vorher hier denn los unten rechts Lava also die drei auf jeden fall safe und dann noch irgendwo was hast du denn mit dem spiegel gemacht der 8 koffer wenn du brauchst ich habe die Tasche und drei 8 koffer es gab pränchen sicher selber auch bisschen konzentriert in diesem spiel ja mach du mal eben daheim sind die Leute schon indem ich ihnen zeige wie man gemütlich zukunft und isst ja aber Lodo was hast du denn mit den Glasscheiben gemacht hm da war doch nicht der Roboter kannst du mir doch nicht erzählen du warst grad mit Eis draußen schau mal wo die zone hinkommt noch nicht zu mir mitten in schwarze Lach hihihi 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 links von dir ein Hangar und ein doppelstöckiges hihihi 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 da sind alle Mann drin warum lade ich nach eigentlich, das ging halt unendlich schuss ja ja genau alter 2 4 1 8 melden ist denn da war schon normal das war nicht normal wie der um die ecke kam und david instant ausgelockt war hier haben wir jetzt schon gekriegt nein du hast schon 3-4 schüsse gekriegt zumindest im stream gerade eben nur weil ich den spiegel eh nicht mochte ja genau du mochte ich den spiegel nicht ja sicher vielleicht ich nicht da hat er nicht schlecht gemacht das muss man ja sagen aber gut schon okay ready up team let's go let him rip schon gut gemacht die map oder wollt ihr auf traditionelle map wechseln wir können auch mal wieder traditionell spielen ready up team warum hast du einen pass ne ne aber diese täglichen kill mission und sowas wie das hast du ganz normal über da müsste noch gelbe punkte leuchten karriere ne karriere nicht über pass ne ganz normal und dann hast du deine tägliche mission da unten jetzt bist du auf karriere gegangen da diese gelbe punkte die da laufen mach mal das alles die ganze gutscheine musst du annehmen gutscheine hm hör mal renchen warum hab ich eigentlich keine lösung mehr von dir bekommen bis jetzt was ist da los einmal einmal ein ding ist mitgemacht da und seitdem jeder jetzt sagt mir nicht dass ihr spiel das alles gelöst hat und du das jetzt nicht mehr kannst erzähl mir doch kein karriere keine lust gehabt das ist eine einstellung ey da halt irgendwas hat mich geschrieben hm irgendwas hat mich angeschrieben wo da mit einem sweeten ne was hier hier sind steine mit 14 steinigen morgen wieder morgen morgen was du kannst erledigen heute schieben nicht auf morgen oder wie das heißt weisheiten mit jakob wo wo soll ich dir noch ne weisheit sagen arbeitest du mehr hast du mehr geld da 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 aber nicht wenn du bei der karriere arbeitest da gehst du dann bist du schwanger und dann kriegst du neue mord und volles volles gehalt ja ok da 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 Wer hat Panzerfauss abgeschossen? wow Ich hab den geilsten Shit! Achtung, Stream Chat, Obacht! Passt mal auf jetzt! Dalerie! Ich werde die Panate geschmissen! Du, David, oder was? Okay! Ja, als ob! Hast du echt nicht, David? Nein! Jakob, du? Nein! Ja, dann ist einer hier bei uns! Oh Gott! Ich stehe in der Kirche, kann nichts hören, nur sehen! Du bist noch so ein Störsender-Kid! Oh, M420! Hier ist doch einer! Jakob, hast du grad geschossen? Ja, du hast doch grad auf mich geschossen! Bist du behindert? Ich hab den Versuch auf die andere Straßenseite geschossen! Oh, ich glaub, du hast auch nichts geschossen! Ich geh da, wo ich ihn gehöre! Auwa! Jakob, feiert's! So, ist das richtig! Das ist ein Satz! So! alles klar Ich habe einen Rooksack, einen Rooksack. Ich habe einen 2-Drop ab dem Störsand aufgenommen. Das heißt, wir können noch von mir aus ein bisschen länger hinnehmen. Alter, dein Ernst! Hör auf mit den Faxen! Ich mach gar nichts. Ich bin das nicht. Nein, du brauchst nicht. Bin ich wirklich nicht. Jungen, sieben Schmerzmittel hab ich, Alter. Ich hab wirklich nichts gemacht, Digga. Dave, du? Die Zone kommt. Geil, Alter. Der spiegert hier uns voll, Digga. Die ganze Zeit schon, ey. Auch die 2 Granaten, die ich da geworfen hab, das war auch mal. Das waren so 2... Oh, da ist die Zone ja schon. Du Spasta, du. Du Spasta, du. Aber ich habe jetzt den Glück mit meinem super Rooksack, da passiert mir nichts. Ich auch. Lass mal durchziehen. Hier noch? Ich freue mich. Ich hab schon neun Stück davon. Das bräuch ich. Nehmen wir doch mal ein paar Pain-Killers. Wie ist der Winchester? Ja. Und ich geh schon mal Richtung zu. Bist du eigentlich noch ne Sniper bei irgendwo den Schlüten löten? Saugen. Hier ist ne SGS. Hier ist ne SGS. Hier ist ne SGS. Du bist so weit weg. Hier ist ne SGS. Ja, bring mir die mit. Danke. Ja, genau. Ich hab ne schöne G630 und ne M24 und ich bring die weg. G630 ist ne super Waffe. Ja. Ah, hier ist ein neuer Stellender Rooksack. Dreck. Gleich mal länger in der Zone bleiben. Hier war schon jemand. David. Ja, komm, 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 komm. Hey, ich bin aufm Weg dahin, Junge. Ich bin doch schon aufm Weg dahin. Ich bin doch schon aufm Weg dahin. Ich bin jetzt mal eins von den Energies. Und ich bin noch eins. Dann renne ich. So weit ist in die Zone. Ja, geht schon ein bisschen. In der Hütte, Jakob, wo ich markiert hab, ist ein Störsenderpack. Die? Oder die? Eins von beiden. Unten. Nicht da. Ein von diesen beiden hier. Vor der Treppe, unten. Mega. Tada. Alter. Bei uns. Bei uns. Was? Was? Junge, der hat so viel gefressen. Das gibt's doch gar nicht. David, ich bin sowas von Highspeed mäßig auf dem Weg. Ich renne schon ohne Waffe rum. Alle tot oder nimmt da noch einer? Guck mal, diese MP5K, ne? Alle Bummer, alle. Okay, da schießt einer auf mich. Aber erstmal du. Hei mich? War einer von denen die Bandage oder was? Ja, du, mich. Naja, aber jetzt 5, 4, 3, 5. David, der kommt jetzt raus. Ganz stark. Gar nix. Gar nix. Wir 5. Hannibal-SQ-Kill. Joa, war okay, ne? Hannibal-SQ-Kill. Brauch's nicht vor, M Jakob. Brauch ich nicht? Nein. Was? M24 auf die Entfernung spielt. Schießt straight. Alter, die. Relation, ey. Junge, du musst dich heilen. Von wo denn? Das ist so lächerlich. Das ist sowas von krass lächerlich. Das gibt's überhaupt nicht. Ja, ich guck nur, wenn ich den skippe, man. 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 Ich guck nur, wenn ich den skippe. Nächste von den David. Mhm. Ist ein Mutant? Ja, das sind beide. Einer oben. Ja. Komm. Rechts, 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 Klaus. Hattet ihr gesehen. Hinter dir. Ja, ja, gut. Halt. 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 Das war dumm. Jetzt, wo du Geschwisterliebe sagst, weiß ich wenigstens mit wem ihr spielt. Ja, sicher. So, was hast du gesagt? Missionen anlegen. Was lief. So, du machst da ja gerade noch was. Ich drück ready. Du hast zu sehen auf die Webseite gegangen. Eiii. 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 Ich bin ganz schnell einrauchen. Ganz schnell. Ganz schnell. Ich kann ruhig alles machen. Und so. Kein Problem. Ich bin passend wieder da. Jedenfall. Ich hab drei gelbe Gutscheine bekommen. Yay. Wir wollen noch ein paar Leute dom bringen. Schnell. Iiiiiaaa. Das ist Battle Bridge. Bridge Bridge. ität sein Fatal Bride übrigens. Ja. Jujujujujujuj Schnell taste wieder eine Bseineак Oh, ohne Füße weg geklaut! immer diese raucher ja aber das ding ist der raucht das nicht der inhaliert das ding jetzt dauert nicht so lange dann ist er wieder ein freund der bursch wieder high und dabei oder was ich bin kurz abk und wieder guter alter prüsen diese nämlich auch ganz gerne daran damals grüne märkte spielt haben der engel diese märkte enorm großes ekler junge kranker steht auf jeden fall bin ich schonmal alleine Picaro, klarer Fall, ne? Okay, klarer Fall. Genaue Angaben für Picaro, bitte. Was ist Ihnen noch? Jawohl, ja. Würden wir Chips einsetzen? Setzen wir Chips ein. Okay. ULTIME! Wo ist er? Ja, bei euch. Also, nicht so wirklich, aber ich versuch. Fuck, da geht ein nasses Squatch für Hotel. Ja, da geht was mit euch Casino. Drei, äh, zwei Leute. Zwei Hotel, zwei Motel. Drei Motel. Motel schießt er auf die Stähne. Verpiss mich hier. Geh Casino rein. Das kann doch nicht euer Ernst sein, jetzt. Kommt was rein? Oh, er ist oben, Alter. Ich dachte, unten. Er ist heute, aber. Ich habe nicht mitgekriegt, dass die schon unten drin waren. Ich habe auch nicht mitgekriegt, dass der eine da auf einmal angesprintet kam. Da waren zwei unten drin. Einer oben, einer unten. Der andere kam gerade alles rein. Ich kam gerade rein. Drücke doch mal, endlich ready. Drücke doch mal, endlich ready. Danke, Jakob. Wofür? Du bist ready drücken. Komm ich doch. Warum nicht, ist die Candy, Alter? Ist es nicht schön? Wir sind schon seit 50 Jahren verheiratet. Ja, es ist nicht schön. Was ist los? Was ist los? Ist es nicht schön? Wir sind seit 50 Jahren verheiratet. Ja, es ist nicht schön. Hello? Hello? Na, schön. Wollen wir mal wieder einen Witz aus dem Internet? Nee. Nee. Das war eine TikTok-Vorlage. Ist das auch so ein TikToker, oder was? Nee. Ich nicht. Oh, oder? Ich bin. Ich bin. Ich bin. ich bin ich Dinge weil das Game letztens richtig geboten hat also ab drei Leuten fängt ab drei vier Leuten fängt das an richtig bock zu machen wenn du ne passende Frau rückst du musst was wir denn jetzt sind ja da so schon ach so das ist der Panzerwagen wir gehen hinten hin 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 vorhin ist zu wenn du vernünftigen Sani hast und sowas dann geht das schon ja Jakob hinten hin vorhin ist zu ja ich bin noch auf dem Weg dahin oh no oh no keine Waffe immer noch keine Waffe jetzt rennt er die Waffe ich bin leer du bist du nicht ja mein oh ja oh warte ich hab ne Panzerfaust gefahren und nehmt sich nicht ich hab ne Panzerfaust gefahren ich hab ne Panzerfaust gefahren ich weiß nicht woher ist Yoshi Granade wo pushen aber wo mich heilen ich hab nix zum heilen ich hab nix zum heilen Junge da wo ich war ich laufe weg wie soll ich woher musst du verquatschen und links und mitte einer hier close bei mir einer hier hinten oder zwei hier hinten bei mir Hast du den David? Ja Du weißt noch einer Wir sind auch noch welche Oben drauf Noch einen ausgenockt Also nur noch bei Jakob, ja Den hol ich mir jetzt auch noch Einer oben drauf, einer bei mir glaube ich im Gebäude mitgebracht Auf die Unge, Pumpgun Bin ja safe Verstehe, da kommt noch einer Zu viel gewollt Alter, S12K, Junge Ja, geprägt ins Gesicht, Junge Ich verstehe, also die Panzerfaust finde ich Für den Nachhinein ist die Kacke Weil die Rakete fliegt erst nach oben Und dann nach vorne Ja, ist eine Rakete, ne? Ja, aber wenn ich eine Panzerfaust schieße, dann fühle ich die eigentlich direkt geradeaus Hast du schon mal eine Panzerfaust geschossen? Nein, aber das ist so David? Hm? Hast du? Hä? Dass eine Rakete von der Panzerfaust direkt geradeaus fliegt und nicht erst ein bisschen nach oben Bogen Also ich glaube nicht, dass du den Rückstoß so kontrollieren kannst, dass sie straight nach vorne fliegt Die Panzerfaust hat keinen Rückstoß Gar nichts Null Muss du mal gucken, wenn er in der Panzerfaust abschießt Er kriegt sich fast einen Kilometer Ich habe nur die Videos, wo die Raketen immer vor die Füße landen Und dann so Oder oder Granaten vor geschlossenen Türen werfen Polizisten-Fails und so ich denke schon dass du so einen kleinen Ruck merkst oder so dass das Ding richtig verzieht oder so aber die wird doch erst ein bisschen nach oben fliegen die Rakete oder bevor sie dann den Sinkflug oder so wie sie hier im PUBG fliegt, fliegt sie auch weit weit ich finde die schon relativ präzise eigentlich also eine RPG 7 zum Beispiel so wie es zum Beispiel im Nahen Osten ja so häufig genutzt wird also zum Beispiel hier im ganzen Nahen Osten sag ich schon ich hab roten Turnschule gefunden in Syrien und so und die damit in RPG 7 das Ding ist so unfassbar ungenau das ist mehr Glückes zu treffen oder was? ja also kannst ruhig mit dem Panzer auf die zu fallen ja Panzer ist nochmal was anderes aber ja die werden wohl kaum Personen mit Raketen geschossen, Alter vielleicht Gruppen, aber warum spiel ich eigentlich jetzt schon, Alter, ich Idiot ja, wo der hin? ja du bist du cool? ja, find ich cool das find ich auch gut da bin ich auf jeden Fall drin eins, zwei, drei, vier, fünf ja, ja, komm, vier, sechs, acht, zwölf, vierzehn, 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 sechszehn, achtundreißig, zwölf da sind auf jeden Fall welche vor euch Casino Dach, ich würd nicht aufs Casino gehen ey, der hat schon ne Waffe naja, ich bin weg, tschau wo kommt ihr hinterher? mhm ey, meiner eigentlich zwei hab ich oh, das ist ja gut, doch, Jakob thanks for your safety, ney ich hab mir die Waffe oben auf dem Dach geschnappt, Jorl hopp dann hopp, sorry Alter oh, ich hab mich mal ganz kurz eingekackt, Alter oh da kommt keiner mehr auf dem Dach ne, ihr wart über mir auf einmal, alles gut das war so klar kannst du runterkriechen, schaffst du das noch? du musst mal aah mal nix zu mal warte, ich geb dir gerade was gefunden ich hab, Energy kannst du wieder nehmen ich hab, Pan-Killer Link, rechts? rechts am Fenster oben da ist mal ein Pack da ist mal ein Pack da ist mal ein Pack da hinten ist noch ne Winchester, David hier unter mir hier unter mir jetzt, in der Ecke hier unter mir jetzt, in der Ecke ich hab alles soweit nur noch nicht hier oh, die ist wahrscheinlich weg 24, die Schuss für die Winchester ja komm her ja komm her komm her oh, David pusht schon rüber, geh mit, geh mit, geh mit, geh mit der rechts rüber das Fenster gehört, die kaputt gegangen sind das ist Sporthalle das ist Sporthalle das ist Sporthalle du hast Fenster gesprungen, David du hast Fenster gesprungen, David Jakob, hier vierfach ah ne, du hast ja eine Winnie Boxster ist safe M2 für 9 hier Dave, hier vierfach ich hab achtfach, Junge ich dachte wir tauschen einer ist noch hinten rechts im Hangar drin der kommt gleich hinten, ich komm berg runter und er lauf'n der schieb ist, du nicht in der Fenster gesprungen? der schieb ist, du in der Fenster gesprungen? nein der schieb doch ruhig oben am Fenster auf mich auch oh mein tod alter er kommt hoch er hat nicht mehr viel er kommt hinterher er leidt nach jetzt holt er mich er holt mich jetzt runter gesprungen muss mich holen ich bin ganz oben ja doch spaß gemacht war doch war doch eine schöne runde ich hab ihn da unten nicht gesehen in der etage der war auf einmal da oben ich hab ihn nicht gesehen ich war noch zu zweit da oben ja ja das war ein bisschen ungünstig ja aber so ist das kein accent für weg du alter 19 schuss weg ist man kennt es ja trotz alledem spaß gemacht war wieder eine absolute freude für mich ja und ich freue mich auch vor allem wieder auf montag und dann hoffen wir das war auch wieder mal eine runde hell and lose also spielen können zwei squads komplett füllen können aber sei es drum an der stelle erst mal vielen vielen dank fürs zuschauen und wie ich denke wir sehen uns dann montag wieder und da ja vielen dank fürs zuschauen aktiv supporten und wir sehen uns dann auf wiedersehen und unbedingt Ich finde...